Hallo, in diesem Video möchte ich kurz den Lingolid-Plan für den zweiten Sonntag im Jahreskreis im Lesejahr B vorstellen. Der wird gefeiert am 14.01.2018 oder dann wieder am 17.01.2021, am 14.01.2024 oder am 17.01.2027 und so weiter, eben im Dreijahresturnus. Immer am ersten Sonntag nach dem Ende der Weihnachtszeit und einer interessanten Phase des Übergangs. Wir hatten an Weihnachten das Kind in der Krippe, zu dem sich die Hirten aufmachen. Wir haben die drei Könige, die drei Magier, die sich zu diesem Kind in der Krippe aufmachen. Bei der Taufe des Herrn am ersten Sonntag nach Dreikönig oder nach Epiphanie, Erscheinung des Herrn, dreht sich das Spiel schon mal um. Denn der Herr ist es selbst, der sich aufmacht, eine Bewegungsrichtung also schon mal in die andere Richtung, hin zum Jordan, um sich taufen zu lassen. Und jetzt wird die Bewegungsrichtung noch einmal erweitert. Der Herr ist der, der sich aufmacht und seine Jünger ruft in seine Nachfolge. Und genau an dem Punkt stehen wir jetzt letztendlich im Kirchenjahr, wenn man mal sozusagen die gesamte Dramaturgie anguckt, die sich eben dann noch im Nachklang zur Epiphanie, zur Erscheinung des Herrn in den kommenden Sonntagen ein bisschen fortsetzt. Und was das jetzt konkret heißt, gucken wir uns am besten an im Messformular des zweiten Sonntags im Jahreskreis und überlegen uns da eben, welche Lieder dazu passen. Das Gesamtthema ist ungefähr Berufung, so würde ich es erst einmal überschreiben. Auf meiner Website lingualpfeife.de findet sich hier oben die Rubrik Lingoliedplan. Da können wir jetzt mal reinklicken. Da finden sich also die Liedpläne der Arbeitsgruppe Lingoliedplan, der man auch gerne auf Facebook beitreten kann. Hier am rechten Rand haben wir die Schott-Tagesliturgie. Nachdem ich dieses Video aktuell am 11. Januar aufnehme, stehen da natürlich die Texte des 11. Januars, also der heutigen Messe sozusagen. Und uns interessiert aber jetzt der zweite Sonntag im Jahreskreis, den wir hier finden. Und da klicken wir jetzt gerade mal rein. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle mal kurz zeigen, was dieser Liedplan alles kann, warum es vielleicht ganz spannend ist, den aufzurufen. Zunächst mal fragt sich ja jeder, welche Texte kommen überhaupt dran. Da klickt man einfach hier oben zum Messformular und dann öffnet sich in einem neuen Tab sofort aus der Erzabtei Beuron das Messformular des zweiten Sonntags im Jahreskreis. Und dann kann man mal gucken, was haben wir hier für eine Lesung. Okay, aus dem Buch Samuel. Hier haben wir den zentralen Satz. Also der Herr ruft Samuel, Samuel. Und Samuel antwortet, Rede, Herr, denn dein Diener hört. Zweite Lesung. Hier geht es jetzt um Unzucht. Im ersten Moment denken jetzt alle wieder an entsprechende Dinge. Das ist vielleicht aber gar nicht so zentral gemeint. Entscheidend ist einmal, weil ich ja das Thema Berufung genannt habe, wisst ihr nicht, dass eure Leiberglieder Christi sind. Das ist eine erste Sache. Es wird auf Leiblichkeit angespielt. Und es geht um eine Eingliederung in den Leib Christi. Und dann, dass dieser Leib Tempel des Heiligen Geistes ist und dass dementsprechend dieser Leib zu verherrlichen ist. Eine wichtige Erkenntnis. Berufung ist keine Sache der Theorie, sondern fordert Leib, Geist und Seele letztendlich. Da gab es etliche Strömungen in der Kirchengeschichte. Zum Beispiel die Gnostiker, die das anders gesehen haben, die eine dezidiert leibfeindliche Auslegung, sozusagen Leben als mehr Strafe, als Chance, denn Chance gesehen haben. Und das ist hier so ein zentraler Text, der eben jetzt nochmal die großkirchliche Position in Erinnerung ruft. Berufung ist nichts Theoretisches, was nur so in der Theorie verbleibt, sondern eben den ganzen Menschen fordert. Dann hier nochmal beim Halleluja im Nachklang an Epiphanie, der gefundene Messias, der dann noch einmal eben hier jetzt im Evangelium am Jordan in Erscheinung tritt. Das ist allerdings eben hier jetzt die Übergangspassage, also von der Taufe und dem Erkennen durch Johannes den Täufer, der eben sagt, seht das Lamm Gottes. Das ist sozusagen der Punkt, dass hier eine öffentliche Proklamation vollzogen wird. Und dann eben dieser Jesus, den Andreas und Simon Petrus beruft und sie folgen ihm nach. Jetzt ist natürlich die Frage, wie finden wir hier zu passende Lieder? Und wir kehren zurück zum Lingoliedplan und ich möchte hier einfach auf ein paar Begründungsgänge verweisen, die die Arbeitsgruppe eben herausgearbeitet hat. Zum Einzug, Herr, wir hören auf dein Wort, das du uns gegeben hast. Hier findet ihr jetzt einen Infobutton und hier findet sich die Begründung. Dieses Lied bezieht sich auf die erste Lesung, auf die Passage, Rede, Herr, dein Diener hört. Also es geht um eine Anspielung letztendlich auf die Samuel-Geschichte. Alternativ, mir nachspricht Christus, unser Held. Hier ist die Anspielung sozusagen die Berufung der Apostel, also eine Anspielung aufs Evangelium. Antiphon, Gotteslob 53 hört auf die Stimme des Herrn. Und hier ist einfach nur mal vermerkt, dass mit der Antiphon eben dann Psalm 40 zu singen ist, weil ja nicht alle Antwortpsalmen im Gotteslob stehen. Ein alternativer Zwischengesang für dort, wo man keine Psalmen singen mag. Darüber möchte ich jetzt theoretisch gar nicht weiterreden, geben wir eben auch noch mit an. Beim Halleluja findet ihr im Infobutton gleich nochmal den Halleluja-Vers mit eingeblendet. Also für Leute, die es zum Beispiel am Tablet den einfach oder am Handy aufhaben würden, die könnten sozusagen hier direkt auf den Infobutton klicken und hätten dann zum Vorsingen zum Beispiel auch den Halleluja-Vers gleich parat und müssten das jetzt nicht weiter ausdrucken. Ja, hier haben wir noch bei der Gabenbereitung nochmal einen Infobutton, wieder Bezug zum Evangelium, selig, wem Christus auf dem Weg begegnet. Also auch wieder ein Lied, was in Anspielung auf das Evangelium ausgewählt wurde. Und dann haben wir noch das Danklied 358, Ich will dich lieben, meine Stärke. Warum? Wegen dem Kommunionsvers, wir haben die Liebe erkannt und an die Liebe geglaubt, die Gott uns gegeben hat. Und dann haben wir eben hier den thematischen Grund, also es wäre dann im Grunde eher ein Kommunionlied oder der Kommunionvers ist die Begründung für die Auswahl dieses Dankliedes. Freilich dann auch noch alternativ hier die 484. Das finde ich ganz schön, weil wir jetzt sozusagen noch ein Lied haben, was Bezug nimmt auf die zweite Lesung. Wisst ihr nicht, dass eure Leiberglieder Christi sind? Und das haben wir konkret in Strophe 3, findet sich dann hier. Und da heißt es dann in Strophe 3, Wir, die wir alle essen von dem Mahler und die wir trinken aus der heiligen Schale, sind Christi Leib, sind seines Leibesglieder Schwestern und Brüder. Ja, das wären sozusagen hier jetzt genau diese Punkte, um das deutlich zu machen. Und das Schöne am Lingoliedplan ist eben auch, dass ihr nicht nur die Info-Button habt, dass ihr nicht nur hier oben das Messformular direkt habt, auch nicht nur, dass ihr hier die einzelnen Lieder ja sofort anhören könnt. Hier habt ihr zum Beispiel direkt die Aufnahme dieser Antiphon, die man anhören kann. Es gibt auch Begleitmaterial hier weiter, zum Beispiel zum besagten Psalm, eine allgemeine Einführung und eine Weiterführung zum sechsten Psalmton, der in dem Fall hier jetzt vorgesehen ist, um eben den gleich noch mitzulernen. Und hier findet sich in ähnlicher Weise also immer wieder nicht nur das einzelne Lied, sondern eben auch Begleitmaterial. Aber das Beste an der ganzen Sache ist, ihr könnt das Ganze auch noch ausdrucken, und zwar natürlich gleich benutzerfreundlich auf DIN A4, auf DIN A5 oder DIN A6. DIN A4 braucht man nur im seltensten Fall, ist ja auch unhandlich. Ich denke, 2 auf DIN A4 ist eine Sache, die relativ häufig verwendet werden dürfte. Dann teilt man es in der Mitte, gibt eines dem Zelebranten und ein zweites dem Organisten zum Beispiel und hat da eigentlich eine schnelle, bequeme Möglichkeit, das verfügbar zu halten. Gleichzeitig wäre noch hier die Möglichkeit, 4 auf DIN A4 so kleine Handzettelchen zu machen, zum Beispiel wenn Ministranten oder Ähnliches noch versorgt werden müssten. Es wäre also insgesamt eine ziemlich leichte Möglichkeit, um für den Sonntag gerüstet zu sein. Und genau das hoffe ich für euch für den nächsten Sonntag und bin gespannt, was ihr zu berichten habt. Ach ja, eine Kleinigkeit noch, wenn ihr ganz unten hier guckt. Wir haben hier auch Vorschläge aus den einzelnen Bistumsanhängen. Das sind jetzt hier aktuell drei aus Bamberg und aus Rottenburg. Da ist natürlich jeder frei, noch seine Vorschläge zu äußern, die dann auch gerne für den Fall des Falles aufgenommen werden können. Und wer mag, teilt es auf Facebook, auf Twitter, auf LinkedIn oder sonst wo. Es würde mich freuen, wenn die ganze Sache ein bisschen Verbreitung findet. Vielen Dank, macht's gut. Tschüss.